Hallo und herzlich willkommen zu meiner Part von Psychonauts. Wir sind in diesem krassen Spiel und müssen irgendwie da hochkommen und ich weiß nicht wie und ich bin tot. Ok es geht direkt weiter. Erst wenn ich mein ganzes Leben komplett wechseln bin ich tot. Das sollte ich mir merken. Komm ich da irgendwie hoch? Nein. Wo wo wo? Ok. Hm. Da muss irgendwas mit den Teilen hier auf sich haben. Hm. Aber wie komme ich da hoch? Ach wow. Ganzhaft? Kann ich hier einfach hoch? Die Teile hier sind echt nervig. Was? Was ist das für ein System? Moment. Kann ich? Äh. Touch it. Okay. Kann ich machen. Hier geht es zwar nicht dabei. Und vor allem das Klettern hier funktioniert nicht gescheit. Da rum auch immer. Ähm. Ich will nix sagen aber. Ich weiß nicht ob das so gewollt ist. Ich glaube wir haben ein Backenspiel gefunden. Ich glaube wir haben ein Backenspiel gefunden. Hm. Kann ich hier irgendwie töten? Hm. 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 Ah ok. So zünde ich ihn direkt an. Ich will auch nicht das was ich will. Ich will. Also saker. Wie livre ist denn aus? Ich will. Was. Ich weiß. continue. Geist. H Secretえ. Und wie vor dem noch nicht. Ich will auch noch nichts. Wie knowledge macht. Da geht es. Gekko. Ja hier is das. Ich weiß auch nicht tiposued. Ich habe mich sehr Families nicht gehört. Ich weiß nicht. Ein DISG sketch. Endlich. Hm. Ah, so. Ja gut. Okay, da hätte ich früher drauf kommen sollen. Geh mal weg, Alter. Und so. Endlich. Fortschritt. Jetzt fehlt mir hier noch ein Anhänger. Das ist ja super. Das ist ganz toll. Hat ein Typ nicht eigentlich mehr Leben, dass man die öfter töten muss oder so? Den Einbrecher vom Dach des Zirmans verscheuchen. Ich weiß nicht, ob ich mich aneigen kann. Danke, dass du so gut zählst. Oh, da. Interessant. Ich glaube, ich kann die Dinge anders zu hoch nutzen, um sich drum zu schweben. Kommt der Dieb zu Hilfe, oder? Wow, für einen Bauchredner bist du ziemlich stark. Na schön, ich komme. Zeig mir, wo das Holz ist, mit dem ich arbeiten soll. Und ich lege los. Wo liegt das Holz? Wo liegt das Holz? Irgendwo muss ich hier Holz rumliegen, mit dem ich arbeiten kann. Zu schwer kann das nicht sein. Oh, was haben wir hier? Geistigen Müll aufräumen. Okay, gehen wir hier hoch. Was haben wir hier? Ach, wir waren hier vorhin. Interessant. Okay, zumindest weiß man, wie wir das im Spiel hier aufgebaut haben. Wir waren einfach nur vorhin im Raum da drin. Oh nein, hier rein teleportiert. Hm. Das hier ist kein Holzhaufen. Wie schicke ich Leute hier hin? Hier rüber. Weil er mir schon beide gesagt, dass ich sie rufen soll. Aber wie? Hm. Da ist der Typ. Was hast du schon mal gesagt? Hey, wir brauchen wirklich Hilfe auf dem Schlachtfeld. Hast du schon mit Tret von Apart gesprochen? Ach stimmt. Das war es, was ich sollte. Genau. Und der war glaube ich hier drin. Da komme ich allerdings nicht rein. Hm. Nein. Und zieht so nicht. Ah, das ist nicht gut. Klappt das jetzt? Okay. Klappt wieder alles. Hm. Hm. Wie kann ich mit ihm sprechen? Ich meine, der Typ läuft hier rum. Der eine. Auf dem Schlachtfeld. Aber wo läuft der andere rum? Moment. Moment. Äh, falsche Taste. Äh. Es ist komisch hier. Das hier ist auch glaube ich ein riesiger Stuhl, kann das sein. Also müsste er ja irgendwo hier sein. Ist er hier aber nicht. Interessanterweise. Das soll ich nicht überleben. Ach so werde ich Größe. Wie rüberfliegen. Könntest du mich da rüberfliegen? Meine Beine scheinen mit diesem Fundament verleimt zu sein. Komisch irgendwie. Wie rüberfliegen. Ach so. Ja. Ähm. Ach so. Ach herrje. Wer hat meine schöne Brücke kaputt gemacht? Keine Angst, Süße. Gleich bist du wieder so gut wie neu. Mann. Ich bin gut. Okay. Ratschlag gefällig? Gib auf, solange du noch kannst. Fried gewinnt. Ich kann Holz mit meinem Verstand verbrennen. Aber das wäre doch, ähm, geschummelt, oder? Hey, lass meine Figuren stehen. Das ist gemuggelt. Seid ihr bereit? Ja. Wir sind bereit, für das Vaterland zu kämpfen. Unsere Häuser sind hart. Und schon bald werden wir den Feind mit den silbrigen Spuren des Sieges bedecken. Prima. Doch vergesst nicht, es gibt viele Arten, dem Vaterland zu dienen. So. Euch muss ich ins Restaurant bringen. Wo ist das denn? Ist da hinten irgendwo so? So. Oh. Achso, ich werde dir kleiner. Passt schon so. Sturmangriff! Köstlich! Solch köstliche Eskargons hatte ich seit dem Geburtstag der Gräfin nicht mehr. Und dann noch so, ähm, herzhaft. Nun bin ich von Kampfesmut beseelt. Wir stürmen Napoleons Festung und gewinnen das Spiel für Fred Bonaparte. Wir sollten uns aber beeilen. Ich kriege bestimmt bald wieder Hunger. Ja. Hm. So, jetzt muss ich wieder größer werden. Das heißt, ich brauche hier eine Stelle zum Groß werden. So, ähm, die schicken wir zur Festung. Geht leider nicht. Ich würde den feindlichen Soldaten ja töten. Aber ich muss meine Energie für die Festung aufsparen. Ich habe leider nur genug für einen großen Kampf gegessen. Okay. Was wirst du eigentlich? Mann, dieser Salzstreuer ist echt im Weg. Ich wette, der echte Napoleon musste sich um so Zeugs nie Sorgen machen. Hm. Gibt es jemanden, der Salz haben will? Hey, lass meine Figuren stehen. Das ist gemogelt. Okay. Okay, wir kriegen den Donny Stack. Na, geht ihr dieser Soldat auf die Nerven? Ja. Was kann ich ihm anbieten? Ich weiß es nicht. Aber, was ich weiß, ist, wie der ganze Part weitergeht. Zu dem nächsten Part. Bis dahin. Ah, Lola. Das war's für dodgeball. Das war's für die Berge. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020